Du kniest dich hin, nimmst einen Schläger in die Hand und versuchst aufzuschwingen. Und jetzt habe ich ja quasi die Beinarbeit mehr oder weniger eliminiert. Und jetzt kriegst du ein Gefühl, wie weit du ungefähr ausholen willst im Rückschwung. Gib dann die Hände nach vorne mit geraden Armen und geht dann so weit drauf, wie weit es halt geht. Und in diesem Video beantworte ich eine sehr, sehr interessante Frage, nämlich wie weit soll man beim Golfschwung ausholen? Also bleibt dran, wir starten jetzt. Wie weit soll man ausholen? Ja, das schreit nach einer einfachen Antwort, oder? Ist es leider nicht. Es ist leider wahnsinnig komplex. Und zwar, es geht nämlich darum, was möchte ich erreichen in meinem Schlag? Und das Zweite, worum es geht, ist, was kann ich körperlich überhaupt machen? Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Es gibt meines Erachtens hauptsächlich zwei Arten von Spielern. Die einen, die dringend Konstanz suchen, sprich bessere Kontakte, eine bessere Richtungskontrolle. Und der zweite Typ ist der, der eigentlich den Ball viel zu kurz schlägt und etwas länger braucht. Und auch bei den Golfprofis sieht man, dass es alle Arten gibt von Aufschwunglängen. Da gibt es zum Beispiel einen Matt Kutcher, der sehr, sehr tief und sehr, sehr kurz ausholt. Da gibt es Leute wie Baba Watson, der hier oben ist und die Hände ganz weit überschwingt. Aber was ist richtig? Gut, wenn man sich jetzt anschaut, all diejenigen, die sehr weit ausholen, eben ein Baba Watson, ein Phil Mickelson beim Treiber, all diese Spieler sind auch in der Regel Longhitter. Warum? Weil je mehr Ausholbewegung, desto mehr Weg hat der Schlierkopf, desto mehr Geschwindigkeit kann ich erzeugen. Was machen diese Spieler aber? Sie haben eine Beinarbeit, die sehr aktiv ist. Sprich, sie erlauben, das linke Knie hineinzukommen. Sie erlauben, das rechte Knie vielleicht manchmal sogar etwas mehr zu strecken. Sie haben keine Scheu davor, die Hände exzessiv zu heben. Und sich eventuell auch in eine Position zu bringen, wo die Schwungbahn für den Abschwung schwerer zu finden ist, als bei jemandem, der eher kürzer und kompakter aufschwingt. Ich glaube, das hat sehr viel zu tun mit Talent und wie man die ganze Sache koordinieren kann. Bei Hobbygolfern sehe ich meistens Probleme, wenn weit ausgeholt wird. Ich bin zwar kein Fan des super kurzen Ausholens, aber ich denke, dass die meisten kämpfen eher mit zu langen Aufschwingen. Und wenn man jetzt ein paar Sachen beachtet, dann kann man eigentlich gar nicht zu weit ausholen. Die erste interessante Frage, die man sich hier stellen muss, ist, wie weit kann ich überhaupt meine Arme heben, ohne dass ich mit dem Körper aus der Balance komme oder andere Ausgleichsbewegungen mache. Da gibt es eine ganz, ganz tolle Übung, die ist eigentlich von TPI, wo man sich an eine Wand stellt, in einer leichten Hocke. Und wichtig ist, dass man den ganzen Rücken flach hinten hat an der Wand. Es wird auch oft ein Schläger hier im Rücken reingeben, dass man hier wirklich mit Kontakt an der Wand bleibt. Man möchte kein Hohlkreuz sein. Wenn man ein Hohlkreuz ist, dann kann man viel weiter ausholen, als wenn man das Becken etwas nach hinten gekippt hat, so wie es in einem Golfschwung dann in der Aufschwung üblich ist. Man steht dann in dieser Halbhocke, gibt dann die Hände nach vorne mit geraden Armen und geht dann so weit drauf, wie weit es halt geht. Wenn man beginnt, dann die Ellbogen abzubiegen, oder man beginnt, dass die Ellbogen auseinander gehen, das würde dann so ausschauen, dann weiß man, dass man schon bereits drüber ist. Wenn man das richtig macht, sind hier ungefähr die Hände 15 cm auseinander, die Ellbögel angenehm gestreckt, Daumen hinauf mit einer Faust, und man beginnt dann langsam die Arme rauf zu bewegen. Und da passieren jetzt vielleicht ein paar andere Sachen noch zusätzlich. Zwar kann es sein, dass zum Beispiel der rechte Arm weitergeht als der linke, oder der linke Arm weitergeht als der rechte. Und das heißt dann auch, dass man hier Disbalancen haben wird in seinem Schwung, über die man dann eventuell auch sprechen muss. Aber gehen wir davon aus, es gehen die Hände gleichmäßig hinauf, dann ist irgendwo Schluss. Und bei den meisten Hobbygolfern ist wahrscheinlich irgendwo hier Schluss, wenn der linke Oberarm beim Ohr circa ist hier. Ich habe fast noch keinen Hobbygolfer gesehen, der hier raufkommt, weil die meisten haben diese Flexibilität nicht. Auch ich komme nicht viel weiter als so. Und wenn ich jetzt einen Schwung mache, würde ich auch nicht erwarten, dass ich jetzt überschwingen anfange deswegen. Weil das würde auch bedeuten, dass ich etwas anders machen muss, damit ich es soweit aushole. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel es nur bis hierher schaffe, nur bis hierher schaffe, dann würde das bedeuten, dass ich es im Schwung wahrscheinlich auch nicht mehr als hier schaffe. Beginne ich jetzt weiter auszuholen, kann es passieren, dass ich dann beginne, mit dem Becken zu schieben, kann es sein, dass die Fußgelenke unten zusammenbrechen, dass ich Balance verliere. Ich will nur in einem Bereich aufschwingen, wo ich noch mit dem Körper das machen kann, was ich mit dem Körper machen will, und auch den Schlag erzeugen kann, den ich möchte. Ein weiterer wichtiger Faktor ist es auch, wie viel Ellbogenbeugung du zulässt. Ich habe in einem anderen Video darüber gesprochen, dass ich nur so 70 bis 90 Grad in der rechten Seite hier haben möchte. Und wenn ich jetzt natürlich wesentlich mehr beuge, dann kann auch der linke Arm mehr beugen, was natürlich in erster Linie das Potenzial für mehr Länge erzeugt. Aber, wie gesagt, es entstehen andere Probleme. Ich bekomme eventuell Probleme mit der Schwungbahn, ich bekomme Probleme mit der Balance, und dann habe ich das alles zunichte gemacht. Das heißt, man muss dann schon ein bisschen experimentieren, wie weit hole ich hier aus. Der nächste Punkt, der auch bestimmt, wie weit ich mich aufdrehe, ist auch, wie viel ich mich drehen kann. Und zwar aus dem Becken und vor allem aus der Brustwirbelsäule. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehr breit stehe und sehr unbeweglich bin in der Brustwirbelsäule, dann kann ich hier vielleicht nicht 90 Grad erzeugen. Und dann werde ich auch beginnen, dass ich hier dann kollabiere mit den Händen. Und dann schaut es vielleicht so aus, als ob ich weit ausgeholt hätte, aber es ist eigentlich nur gefegt, mehr oder weniger. Stehe ich aber etwas enger, erlaube ich meinen Oberkörper und die Hüften und das Becken zu drehen, dann komme ich automatisch in eine höhere Position mit dem Schläger. Das heißt, das ist auch ein Faktor, der sehr, sehr wichtig ist für diese Aushollänge. Ein weiterer Faktor, der extrem interessant ist für die Aushollänge, ist folgender. Und zwar, wie ich den Schläger in der Hand habe. Da gibt es die Golfer, die Bessern meistens, die den Schläger ja doch mehr hier mehr Richtung Finger haben. Ich sage nicht Innenfingern, aber mehr Richtung Fingern haben. Ich habe hier oben noch ein Video, da zeige ich das ganz genau vor, wie das ausschauen soll. Und wenn ich das richtig mache, dann siehst du, dass ich auch angenehm gut winkeln kann. Die meisten Hobbygolfer haben aber den Schläger zu weit in der Handfläche. Und das bedeutet, dass sie dann hier nicht gut winkeln können. Das heißt, die müssen dann irgendwelche anderen Ausgleichsbewegungen machen. Meistens ist es dann irgendwas mit dem Ellbogen oder etwas mit dem Handgelenk, dass wir hier dann am Anfang das Handgelenk total so beugen. Ja, und dann bekommt man Probleme mit dem Rückschwung. Der ist dann zu kurz hier. Und dann beginnt alles zu kollabieren. Was ich damit sagen will, ist, es geht jetzt nicht nur darum, wie weit ist mein Aufschwung, sondern welche Qualität hat er. Sprich, bloß weil er lang ist, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Bloß weil er kurz ist, heißt es auch nicht, dass er gut ist. Es muss irgendwie zu einem passen, zu dem Körper. Ich zeige dir jetzt noch eine Übung, die ich von Mike Adams gelernt habe. Und zwar, du kniest dich hin, nimmst einen Schläger in die Hand und versuchst aufzuschwingen. Und jetzt habe ich ja quasi die Beinarbeit mehr oder weniger eliminiert. Und jetzt kriegst du ein Gefühl, wie weit du ungefähr ausholen willst im Rückschwung. Ich kann jetzt hier nicht überdrehen oder irgendwelche komischen Sachen machen. Das heißt, ich bekomme zumindest ein Gefühl, wo ich circa sein werde. Wenn ich jetzt aufstehe und versuche, dasselbe Gefühl von unten nachzuvollziehen, ja, da bin ich dann ungefähr hier. Und das ist auch das, was ich in meinem Schwung normalerweise erwarte. Ja, und wenn wir schon bei diesem interessanten Thema sind mit der Aushollänge, dann passt das auch irgendwie gut dazu, dass du dich etwas mit der Gewichtsverlagerung im Golfschwung beschäftigst. Und da habe ich eine eigene Playliste dafür. Da sind einige Videos. Ich glaube, das solltest du verstehen, weil dann tust du dir, glaube ich, leichter, gewisse Prozesse in deinem Golfschwung zu verstehen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.